Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Rocket League. Ich spiele mit dem bunten Abt. Endlich mal wieder. Da ist für mich mittlerweile Platin. Ja, Platin 2. Platin 2. Entschuldigung, Platin 2. Von mir hochgezogen. Gegen Rampage und ich glaube irgendwas Enzym. Zitrone? Habe ich das richtig gelesen? Zitrone Enzym. Einfach der andere Xbox-Spieler. Der andere Xbox-Spieler ist mit dabei. Das wäre doch mein geiler Akkordname. Der andere Xbox-Spieler. Der etwas andere Xbox-Spieler. Nein! Jawohl! Da hätte ich ihn fast ins eigene Tor gejagt. Kriegst du die? Ja. Der lag ist real. Stark! Oh klar! Ganz knapp. Ganz knapp. So später zieht das Ding rein. Dein Ping? Gut! Wo sitzt du? In Ozeanien? Vielleicht ein Apple-Kirky? Hast du richtig. Atlantis. Kleiner Insider. Ne, die kommt nicht. Die kommt nicht. Vielleicht berührt er sich noch. Oh je. Der Martin schafft es auch alleine. Wenn er mich hochgezogen hat, dann kann er auch alleine gewinnen. Klar. Ich bin ein guter Ding. Na, ganz allein schaffe ich es auch nicht. Aber ich frag mich immer, wenn es bei ihm pinkt, müsste es dann bei uns nicht auch irgendwie langen, oder? Nicht unbedingt. Oh! 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 Ich glaub, das warst du, hast du es gesehen. Ja. Ich springe vorbei und ernetzt sie ein. Und zack! Ja. Jawohl, wir haben einen neuen Ferb im Team. 2. 2. 2. 2. 2. Er hat sich etwas verändert. Er spielt jetzt viel besser. Ich hab gedacht, auf PC kann er es nicht mit dem Controller, dann muss er es jetzt halt auf dem Controller spielen. Mein Controller geht nicht! Wir haben auch unsere Probleme, Jungs. Jetzt bin ich wieder Spieler 2! Das ist eine Scheiße! Pascal, du schaffst das, ne? Ja, ja. Jetzt, da, da bin ich wieder. Ja. Achtung, die kommt noch mal böse zurück. Oh, das ist... Ah! Das ist doch nichts! Ah, jetzt geht er runter! Er geht runter! 5,6! Na gut, Tor, der ist wieder weg! Bin wieder Spieler 2! Das ist doch nicht! Ach, bei dir geht es immer noch um... Bei dir geht es immer noch um den Ping! Jetzt verstehe ich! Ja! Deswegen bin ich auch gegen den Ball gefahren vorhin. Ja, ja! Passiert! Ja, jetzt 24, ne? Ich glaub das nicht, ey! Stop! Alles unter 100 ist eigentlich spielbar. Also 100 ist schon nervig, aber... Naja, aber ich war bei 900 vorhin. Hoho! Okay! Pascal? Nee, Pascal ist nicht da. Äh, so... Diese Dinge... Ähm... Weder geistig noch körperlich. Ja, absolut nicht. Ich war grad am überlegen, was ich aus der nächsten Kiste rausziehe. Nein! Ah! Was ich aus der nächsten Kiste rausziehe! Hahaha! Ne ganz normale Gedanke! Hahaha! Paschal ist schon Woken die Platin-Kunde. Wow! Ja genau, er kriegt die Goldkarte! Ja, genau! Der kommt immer... Der hat so einen Ramanlobby auf die ganzen Dinger! Der hat nicht nur in Ramanlobby wie wir, sondern in seiner gibt es Snacks, kostenlose Getränke. Ich hab noch keinen gesehen, dass ich einen Platin-Stand daraus gezogen habe, aber Simon gut gemacht. Ja? Ja? Weißt du, und das bei... Wahrscheinlich das Ultra-Selten! Ja! Das ist die 170 Flüsselwert! Ja, Mann! Mystery painted! Hey, du behauptest einfach mal, weil sie gegen andere... Das ist richtig geil! Wenn's dann eben wiederum geht, dann sagst du einfach, ja, nee, klar, hab ich gezogen! Hahaha! Ja, Mann! Das ist ewig geil, so... So, so, so... Noob, so... Rang stimmt gar nicht so! Ja, nee, nee, hab ich auch gezogen! Natürlich nicht! Ich hab das lange nicht gerafft mit dem Halo-Auto, da dachte ich auch mal, wie kriegt das Halo-Auto? Und, ähm, das ist eigentlich total easy, ich dachte, das wär total selten, aber da musst du einfach nur, ähm, mit jedem, mit jedem Auto, was es gibt, fünf Sieger haben, ne? So ein Spiel absolviert haben. Ah, okay. Dann bekommst du's. Okay, alles gibt's... Nee, wie du gesagt hast, ein Playstation ist es ein anderer, ein Playstation ist irgendwie ein... So ein Eis... Oh! So ein Trunk oder Truck oder sowas? Ja, aber auch... Ah! Kack, Controller! Was gar nicht machst du? Oh! Auch von einem Exklusiv-Titel für die... Oh, oh! Nochmal! Für die Blazy! Simon macht mega scharf! Gears of War ist ja auch ein Exklusiv-Titel für die Xbox, oder? Ja! Und immer ein Launch-Titel, auch der erste Teil! Nicht für Deutschland, aber für den Rest der Welt! Österreich zum Beispiel! Nein! Woo! Nice! Ich dachte, du hast den Wagen! Ja, ich dacht's auch, aber ich komm etwas zu spät! Okay! Ich bin gar nicht... Ich bin doch nicht mehr so guter Dinger! Ne? Vom Ping her jetzt? Oder wie viel der Monat, ne? Vom Skill her? Vom Skill her! Yes! Oh! Weg mit! Ja, ich finde aber das ist auch bei Rocket League extrem, wenn man das mal ein bisschen nicht spielt, wie schnell einfach... Ich hab letztens auch wieder mit dem Account nach Mass Effect endlich durch hatte, hab ich's mal wieder angeschmissen und war halt hier irgendwie Gold ganz oben und hab halt kein Spiel irgendwie was auf die Reihe gekriegt. Ich weiß nicht, ich hab jetzt ewig nicht mehr gespielt mit trotzdem Platin, also das geht schon, wenn man genug Talente hat. Ja, ja, das geht schon. Ich schwör's dir, das spielt nie wieder mit dem... So ein dummes Gerede! Wenn du mich nicht hättest, würden wir hier absolut auf die Eier bekommen. Auf alle 6, ja? Ja! Wow! In der Kiste! Nein! Was sehen wir denn? Kommt da noch ran! Klar! Oh! Unverdient! Was? Wer hat das gesagt? Wer hat das gesagt? Wer war das? Ich hab das gesagt! Es bleibt folgt an diesen... Kann es sein, dass wir... Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Ah, Klassiker! Der Klassiker! Jungs? Ja? Du bist bereit drückt, ja? Feine Jungs! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Zu jeder Zeit! Keiner trotz! Wir sind blau! Wir sind blau! Ich hab's mir gemerkt! Extra! Sicher? Ja, ich kann mit feinen Farben unterscheiden! Fast schon ein Regenbogen! Oh, du warst schneller als ich, ey! Nein! Oh, der war dran! Kommt nochmal, die kommt nochmal! Oh, sorry! Oh, sorry! Wann denn? Oh! Ja, jetzt, jetzt! Uh! Nein, nur gebremst! Fast das nicht! Oh, ich wusste gar nicht mehr, wie ich das blaue Auto gemacht hab! Wuppe! Gefällt mir gut! Oh, Lech! Mhh, Bitches! Jetzt bei Bitches, please! Was ich vorhin kriegt! Ja, ja, das ist okay! Easy, easy! Jetzt sind wir, jetzt sind wir natürlich erst richtig, ähm, heiß! Also... Ja, ja! Wo sind eigentlich die Gegner? Ja! Wo sind die Gegners? Was? Der Madden würde jetzt sagen, wer 1-0 führt, der stets verliert! Nein, das sagt Paul immer nur eigentlich! Genauso wird's auch laut! Oh, jetzt ruckelt's wieder, ey! Ja! Ja, genau! Jetzt nicht! Oh nein! Jetzt hat er 2-0-5 wieder! Ich hab extra gewartet, weil er gesagt hat, jetzt ruckelt! Du hast gewartet? Was hast du denn für'n Siegeswille? Ja, wir gewinnen auch, aber nicht unfair, weil ich will nicht schon nachher mir anhören müssen! Oh, unverdient! Du leeres Gelaber! Weißt du, Bayern mag auch nie meinen, dass die gewinnen und die gewinnen trotzdem und ist denen egal! Ja, wir werden alles sagen, wir werden verdient! Wir gewinnen! Ist es auch, aber... Bayern verdient! Das mag's gar nicht eigentlich egal sein! Wir gewinnen und zwar hochverdient, ganz einfach! So machen wir das! Was werden wir morgen tun? Das, was wir jeden Tag tun, Pinky! Wir suchen die Weltherrschaft an uns, du weißt! Oh, wie kommt denn die? Oh, die ist noch scharf! Oh! Ich dachte, du springst daneben! Haha! Willst's wohl! Wird's wohl gern! Oh, da kommt er noch mal! Brauche Boost! Wollt's noch mal gesagt haben! Los, die, los! Jawoll, jetzt geht's wieder! Ach, der ist doch scheiße! Wir haben einfach ein bisschen im Mittelfeld rumgepänkelt! Ja, genau! Extra! Ja, 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 ja! Hast du ein dummes Gelaber, du! Oh, Pascal! Sorry! Da musst du dran! Da musst du dran! Nein! Juhu! Danke, Pascal! Flup! Ja, gerne! Okay, jetzt können wir keine Gnade mehr zeigen! Auch wenn er jetzt sagt, das ist Pink, wir müssen spielen! Spielen! Wir müssen spielen! Ah! Ach! Boxt ich denn meinen Boost rein? Ich glaub's ja nicht! Nein! Turo hat aufgehört! Shit! Jawoll! Ah, was noch? Ah! Ah, da kann man... Ach! Kommt er schon wieder! Nein! Jetzt hat er keinen Boost mehr! Haha! Warte, ich sprich von sich in dritter Person! Oh, der kommt noch! Ah! Er kommt noch dran! Er kommt noch dran! Ah! Jetzt hat er ihn den Ball weggeklaut! Ah, jetzt hat er ihm das schon wieder den Ball weggeklaut! Ah, jetzt hat er ihm das schon wieder den Ball weggeklaut! Das kann nur ich! Oh, die Garde! Es pinkt sehr! Es pinkt! Es pinkt! Es pinkt! Oh, ne, der ist fies! Weißt du, so, oh shit, da komm ich auf keinen Fall dran! Was mach ich jetzt? Es pinkt! Es pinkt! Es pinkt! Wie mein Bruder, der braucht auch immer das pinkt! Die Ausrede muss mich immer merken! Oh, ich fliege gerade durch! Der Ball ist gerade durch den Boden geflogen! Oh, es pinkt! Es pinkt! Boah, die kommt aber mies! Gemeinsam! Hab ich, hab ich, hab ich! Ich nicht! Ah, das ist gut! Achtung! Ah, der Hund teilt dran vorbei! Ich dachte, was passiert jetzt? Der Hund! Lasse! Ah, scheiße! Nochmal! Für dir! Aber in die Mitte! Sorry! Never! Nein! Oh, Mann! Rauschen! Kann man auch einmal Glück haben, du! Wo? Wo willst du denn denn hin tragen? Ich dachte schon, du fährst jetzt! Ja, ich wollte ihn mal kurz! Ich wollte ihn mal kurz! Ganz! Elegant! Ach, fuck! So ein bisschen mitnehmen! Alles klar! Ja! Ja! Ja, die kommt gut! Nein! Die fischte! Ah, fischte sie! Hab ich schon dringesehen! Oh, oh! Da sollte ich dran! Nicht so... Nein! Nein! Niemand! Ich stehe echt blöd zum Ball, Mann! Ach, das ist nicht euer Ernst! Machste wieder auf dem Madden, ja? Wow, jetzt haben wir Zeit! Ja, was war denn das jetzt, bitte? Ja, spiel sie nochmal drüber! Also, bei mir hab ich den mal berührt! Ah! Ja, schön! Überragend, da passt! Gedanke! Wer 1-0 führt, der schluss verliert! Ich wollte nur noch mal kurz erwähnen, oder? Ja! Gut, Pascal, das haben wir schon gewonnen! Ja, das ist eh schon durch! Er ist durch! Was ich natürlich noch nicht vorhersehen kann, ist, ob es bei mir noch anfängt zu pingen, ne? Also, wenn du Bescheid bist! Hängt von der Spielsituation ab! Ja, hängt ganz davon ab, wie es gerade läuft! Gön! Ich hab keinen Boost! Ich fahre immer alles schneller als ich! Enge Ballführung, Jungs! Oh, die kommt mies! Die kommt mies! Das pingt! Das pingt! Ich seh's! Ich hab's auch gesehen! Das hat bei mir aufgepingt! Er hat mein 100er ping und trotzdem rausgeholt, würde ich mal sagen! Absolut! Das ist Skull! Verdacht fahren! Ja! Und drin! Oh, ne! Nein! Okay, ich bin im Tor! Bist du bereit? Der ist drin! Bin bereit! Warte, springen wir mal! Einzig früher springen! Oh, ich hab den leider nicht da! Oh, der ist ganz fies! Machst du selber rein? Ah, schade! Warte, warte, machst du selber rein! Blöd! Nein! Oh, fast gar nicht! Der könnte gehört werden! Ja, der war blöd! Ich bleib kurz mal hinten! Na, ach doch nein! Ich wollte gerade den Torwart zerstören! Ich dachte, du kommst! Ah! Und! Letzter Schuss! Ja, beim Ping glitsch dich hin und her! Da trinkt nix! Okay, ich bleib pinken! Fieser Ping hier! Fieser Ping! Ja! Ist der härteste Gegner heute Abend! Der härteste Gegner im Ring ist der Ping! Puh! Oh, sorry! Gehst du hin? Ja! Nein! Oh nein! Ach, schade! Ach! Wie's mich nicht die Gegend haut! Lasse! Oh, sorry! Ah, gut! Ich bin ekel unter! Ja, die ist noch sterben! Ja, du bist ja nicht zu kapsen! Ja, du bist ja nicht zu kapsen! Ja, ja, ja! Wupp! Komm, Pascal! Nein! Ah, ein richtiger Mario-Bummis! Ach! Oh, Mann, ey! Ah, du nehm' ich doch mit! So schlecht getroffen, dann kriegt der den über alle drüber! Ey! Wer 1-0 führt, der stets verliert! 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 Wir hätten zum Kanon machen müssen! Ja! Da steht 2-0, ne? 2-8, das geht doch! Und verdient! Ja! Gut! Ja! Steht 2-0! Dann! Klarer Sieg! Muss man gar nix mehr machen! Kein drittes Spiel! Kein Kommentar! Das ist eindeutig! Damit sind wir durch! Sind wir durch, ne? Macht's gut!